was geht ab freunde willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar haben capital bra und samra zusammen auf ihrer tour das neue album ja angekündigt beziehungsweise wie es heißen wird die haben ja schon lange angekündigt dass sie zusammen ein album raushauen werden ich denke das wird auf jeden fall mal geil wir schauen uns den post an den auf instagram raus gehauen hat der junge hat auch schon auf instagram drei millionen follower wusste ich gar nicht schauen wir mal kurz das video also das album wird berlin leb 2 heißen ich denke es wird auf jeden fall ein krasses album die zwei passen auch richtig gut zusammen meiner meinung nach wird auf jeden fall krass werden wir sind auf jeden fall gespannt ich denke die zwei lassen auch nicht so lange auf sich warten denn die zwei sind sowieso rund um die uhr am tracks machen und ich denke das wird auf jeden fall noch ja dieses jahr wird es auf jeden fall raus wie gesagt mal abwarten wird auf jeden fall wird ein geiles album werden und ja was gibt es noch zu sagen also für mich auf jeden fall ist krass ist der von seiner tour war auf jeden fall wo er da bei dieser geilen kulisse ich blende das bild kurz ein neymar vor seinen fans gesungen hat für mich auch das krasse der lied eigentlich was er so rausgehauen hat ist einfach eine legende ja und bei so einer kulisse ich meine wenn du es geschafft hast da hast du auf jeden fall gerissen denkt das war es doch schon mit dem video ein relativ kurzes video aber wenn es euch gefallen hat das gerne daumen nach oben da und abonniert meinen youtube kanal folgt mir auf instagram und dann sehen wir uns im nächsten video